Vater, danke für die zweite Einheit. Danke, dass du uns heute Abend führst und leitest und uns Offenbarung schenkst. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch alle begrüßen, die jetzt online mit uns verbunden sind. Wir sind froh, dass ihr Teil sein könnt bei diesem Live-Gottesdienst. Holt euch Schreibmaterial, Unterlagen. Ich werde euch jetzt im Anschluss viele Schriftstellen geben. Wir schauen uns das an, was dieser Stachel oder Dorn im Fleisch war. Dieser Pfahl. Der Widerstand, den Paul hatte, war keine Augenkrankheit. Sondern Verfolgung. Es war religiöse Verfolgung. Der Teufel gebrauchte die Leute, die sich ihm hingaben. dass sie alles taten, was sie tun konnten, um Paulus zu stoppen, damit er nicht das als Offenbarung rausgeben konnte an die Gemeinde, was Gott ihm für die Gemeinde gegeben hat. Er war ein Apostel. Und er war dazu berufen, auch in neues Territorium vorzudringen. Er hat viele Menschen zur Errettung führen können, und es haben sich viele Zeichen, Wunde und Heilungen auch durch seinen Dienst manifestiert. Und dann blieb er zwischen einem halben Jahr und drei Jahren, drei, dreieinhalb Jahre, so lange blieb er an verschiedenen Orten. Und der Grund dafür, warum er an Orten längerzeitig blieb, war, dass er die Leute dort wirklich wohl gründen konnte in der Offenbarung, die er empfangen hatte und weitergeben sollte. Und diese Offenbarung, die er empfing, wurde genannt, das Geheimnis. Was bedeutet, dass das in der Form so nicht im Alten Testament gelehrt wurde, sondern es war Information, die aufbewahrt wurde für das Gemeindezeitalter. Der Grund, es war nicht in dem Alten Testament und der Grund dafür, dass es im Alten Testament so auch nicht gelehrt wurde, war der, dass die Menschen zu dieser Zeit noch nicht von Neuem geboren waren. Gott lebte in dieser Zeit nicht in ihnen. Sie wurden zwar errettet, aber noch nicht von Neuem geboren. Selbst Jesus hat zu seinen eigenen Jüngern in der Zeit gesagt, der Heilige Geist ist jetzt bei euch, aber es wird die Zeit kommen, wo er in euch sein wird. Nun, nachdem er selbst aus den Toten auferstanden war, konnte der Mensch von Neuem geboren werden. Und darum dreht sich dieses Geheimnis. Es ist Christus in uns und wir in dem Christus. Und Paulus ging also in eine Gegend. Dort führte er Menschen zur Errettung und hat mit diesen Leuten dann Gemeinden gegründet. Und er sorgte dafür, dass sie gegründet werden konnten in der Offenbarung, die Gott ihm gegeben hatte. Und dann, wenn er weggehen würde, um zum nächsten Ort zu ziehen, dann kamen in viele dieser gegründeten Gemeinden hinterher falsche Lehrer rein. Und sie fingen an, die Leute in den Gemeinden zu lernen, dass sie die alttestamentlichen Dinge halten sollten, um dadurch errettet zu werden. Also all das, was sie im Alten Testament ja auch hielten. Das Problem ist aber, dass selbst das im Alten Testament schon falsche Lehre gewesen war. Und das war auch der Punkt, den sie bis zu dem Moment erreicht hatten, als Jesus auf die Erde kam. Denn sie haben das Ganze in ein System der Werke verwandelt. Wohingegen die alttestamentlichen Dinge alles Angelegenheiten des Glaubens hätten sein sollen. Versteht ihr, die Pharisäer glaubten, man muss all diese Gesetze halten, um errettet zu werden und um damit Gott wohl zu gefallen. Wenn das Mittel und der Weg zur Errettung im Alten Testament eigentlich auch der Glaube gewesen war, an den Einen, der kommen wird. Und dann hält man diese Gesetze aus Glauben. Versteht ihr? Da gab es dann also Christen, denen auferlegt wurde, gelehrt wurde, gesagt wurde, sie müssen sich beschneiden lassen und all diese alttestamentlichen Feste feiern. Und sie sollten zurückgehen zu all diesen Werken, um errettet zu werden. Und schaut euch an, was Paul schreibt im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 6. Und wir haben in vorhergehender Botschaft schon gesagt, was er im Hebräerbrief geschrieben hat. Aber schau dich jetzt hier an im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 6. Das ist also ein Brief an eine der Gemeinden, die er selbst hochgezogen hat. Er sagt hier, mich wundert's. Nun, man kann das wirklich nachvollziehen, dass er sich selbst wundert, weil er sich wirklich viel Zeit dafür genommen hat, um die Gemeinde wirklich wohl zu gründen in der Offenbarung. Also mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren. Und das war sein Pfahl im Fleisch. Er sprach davon im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, wo er die falschen Lehrer aufzählte und die das Evangelium von Christus verdrehen. Er sagt, aber wenn wir oder ein Engel aus dem Himmel irgendwelchen anderen Gospels zu euch als das, das wir euch vorgelegt haben, lasst ihn verabschieden. Und dann sagt er weiter, Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und er sagt es hier zweimal, Vers 9 nämlich, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Vers 11, Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Und erinnert euch daran, ich habe euch ja gezeigt, oder gesagt, dass die Pharisäer im Alten Testament tausend Gesetze hatten und dem aber noch obendrauf 600 weitere hinzufügten, alles, was sie also halten wollten und anderen auch aufluden. Paulus sagt hier aber dann, Vers 12, Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Und dann im Vers 13, Und dann im Vers 13 sagt er, Ich war einer von den Leuten. Er war selbst ein Pfahl im Fleisch von anderen Aposteln gewesen. Wenn er nicht bekehrt worden wäre, versteht ihr? Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf, durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Also, und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf, also er war wirklich eifrig und hat selbst andere hinter sich gelassen und in den Schatten gestellt. Und geht dann weiter in das Kapitel 2. Vers 1, darauf, nach 14 Jahren zog ich wieder hinauf nach Jerusalem in Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf. Er redet jetzt hier über diese Zeit von 14 Jahren, wo er dieses ganze Geheimnis empfangen hat. Dann redet er über Widerstand, den er mal von Petrus erlebt hat. Denn da gab es die Zeit, wo auch Petrus Kompromisse machte und in Religion verfiel. Und dann im Vers 16 heißt, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und am Ende dieses Verses, wir sind nicht gerechtfertigt aus Werken des Gesetzes, sondern gerechtfertigt aus Glauben. Kapitel 3, Vers 1, O foolish Galatians, who hath bewitched you? Und Kapitel 3 dann, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Also, ihr könnt sehen, im Buch der Galater, da konfrontiert er oder thematisiert hier diesen Pfahl, diesen Stachel. Halleluja! Halleluja! See if I can get my notes to go here. Go! There we go. All right. So we saw that word mystery. Also, wir haben dieses Wort das Geheimnis gesehen. In Markus 4. Ihr könnt euch das aufschreiben. Romans 11, 25. Römerbrief, Kapitel 11, Vers 25. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery. Ich möchte, dass ihr Brüder nicht unkundig seid und also über dieses Geheimnis. God does not want us to be ignorant of the mystery. We need to know the mystery. Gott möchte nicht, dass wir unwissend sind bezüglich des Geheimnis. Er will, dass wir es erkennen. Er will, dass wir, ja, es ist sein Wille, dass wir zur Erkenntnis des Geheimnis gelangen. And it says, less you should be wise in your own understanding. Romans 11, 25. Ach so, genau. Und dann heißt es weiter im Vers 25, Römerbrief, Kapitel 11, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. This is why people come up with all kinds of weird ideas. Und das ist genau der Grund hier, warum Menschen oftmals so mit verrückten Dingen auftauchen. so komische Ideen, weil sie eben nicht wohlgegründet sind in diesem Geheimnis. Du musst das wirklich in deinem christlichen Fundament reinbauen. Du willst ja nicht blind sein oder komisch schauen, sondern du willst die richtige Sicht haben. Und hier ist Römer 11 ja nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heidenvölker, wo wir zu dieser Zeit jetzt wirklich alle zu einer Familie geworden sind. Oder schaut euch Römerbrief, Kapitel 16, Vers 25 an. Oh, this is a powerful verse, that Paul wrote. Und das ist auch so ein starker Vers, den Paulus schrieb. Now to him, dem aber, that is a power to establish you, der euch zu festigen vermag, to make you strong, also euch stark machen kann. Sag mal deinem Nachbarn, you want to be strong as a Christian. Sag mal deinem Nachbarn, du willst als Christ stark sein. Established. Wirklich gefestigt. Paul says, according to my Gospel. You need to know, what God gave him. Du musst wirklich erkennen und wissen, was Gott ihm gegeben hat. In order to be stable as a new testament believer. Um wirklich stark und stabil zu sein als ein neutestamentlicher Glaubender. And the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das verschwiegen war. So it was something, that was kept secret. Da gab es also etwas, was geheim gehalten worden war, seit der Gründung der Welt. So it was kept secret until the right time. Well, when was the right time? When the church age began. Es ist also im Geheimen aufbewahrt worden, bis die richtige Zeit kam. Und die richtige Zeit ist der Beginn des Gemeindezeitalters gewesen. Geht in den zweiten 1. Korintherbrief Kapitel 2 und da der Vers 7. Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. Halleluja! Die Verborgene Die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Was hat Paulus gesagt? Damit ich verherrlicht werde? Ich werde verherrlicht in den Schwachheiten. Er sagte damit nicht, dass er dankbar war. Die Herrlichkeit ist die Kraft Gottes Kraft in dir, die dich durchgehen lässt. Die Herrlichkeit ist der Ort, wo du die Offenbarung empfängst. Es ist da, wo wirklich das Licht angeht. Wo das Wort echt lebendig wird. Wo Gottes Kraft freigesetzt wird. Wo die Antwort kommt. Das Rhema kommt und wirklich Glauben freigesetzt wird. Wo Gnade wirksam ist. Halleluja! Was die Schlüssel für das Königreich aufschließt. 1. Korinther 15, 51 1. Korinther 15 1. Korinther 15 1. Korinther 15 Vers 51 Paul sagt, Behold, I show you a mystery Da sagt Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen und genau hier ist der Punkt, wo die Rede von der Entrückung ist. Man kann das sich hier durchlesen und wirklich erkennen, dass genau darüber sein Thema ist, worüber er spricht. Es wird eine Generation von Christen geben, die auf Erden sein werden, die physischen Tod nicht erleben wird. Geht in den Epheserbrief Kapitel 1 Epheserbrief Kapitel 1 Und der Epheserbrief ist direkt nach dem Galaterbrief. Having made known unto us Epheser 1 Vers 9 Da heißt, er hat uns bekannt gemacht Und ich ermutige euch, lest auch die vorhergehenden vorhergehenden Verse durch Having made known unto us the mystery Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht Entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm Geht weiter ins Kapitel 3 Und Vers 3 Epheser 3 Vers 3 Dass er mich durch Offenbarung das Geheimnis wissen ließ Wie ich zuvor kurz geschrieben habe Ihm wurde also die Offenbarung des Geheimnisses gegeben Vers 4 Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen Springt runter in Vers 9 Und schaut euch das hier an, was er da sagt Und alle darüber Sehen zu machen oder wie es wörtlich hier heißt zu erleuchten Oh, die deutsche Übersetzung mag ich hier, das ist wirklich kraftvoll Die deutsche Bibel redet darüber, dass wirklich das Licht angeht Das ist so stark Genau das ist es, was passiert Offenbarung ist, wenn wirklich das Licht angeht Er sagt also hier, und alle darüber zu erleuchten oder sehen zu machen was die Gemeinschaft ist Die also wirklich das Geheimnis verstehen und erkannt haben sind auf einer anderen Ebene der Gemeinschaft mit Gott Denn diese Offenbarung zeigt dir wer er wirklich ist in deinem Leben Und wer er wirklich in dir ist Die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war der alles erschaffen hat durch Jesus Christus Geht mal in Kapitel 5 Das ist ein gewaltiges Geheimnis But I speak concerning Christ and the church Verse 32 Ach 32 I was in In Vers 5 war ich 32 Chapter 5 Ach so, chapter 5 I understood verse 5 Chapter 5 and verse 32 This is a great mystery but I speak concerning Christ and the church Also Epheserbrief Kapitel 5 Vers 32 Da heißt es und Paulus redet hier Dieses Geheimnis ist groß Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde Und natürlich ist auch in diesem Kapitel wirklich gewaltige Lehre bezogen auf Ehe Und die Beziehung die die Gemeinde mit dem Christus hat Geht in den Epheserbrief Kapitel 6 Vers 19 Da redet er darüber dass für ihn gebetet werden soll Warum denn? Schaut euch das an Also betet auch für mich damit mir das Wort gegeben werde so oft ich meinen Mund auftue also freimütig bekannt zu machen und das bedeutet dass ihm wirklich übernatürlich Türen geöffnet werden dass diese Botschaft verbreitet werden kann Er sagte hier also der Gemeinde dass er wirklich dringend Gebet braucht dass fortwährend diese Türen sich für ihn öffnen für diese Botschaft dass sie verbreitet werden kann Denn versteht ihr dieser Pfahl im Fleisch beinhaltete ja dass die Türen sich schlossen dafür dass diese Botschaft gar nicht mehr verbreitet werden kann Der Teufel tat alles und versuchte diese Botschaft wirklich zu stoppen dass das Wort nicht mehr verbreitet wird So oft ich meinen Mund auftue freimütig zu reden und freimütig bekannt zu machen und warum denn? das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen das Geheimnis des Evangeliums Lass uns in den Kolosserbrief reingehen Kolosserbrief Kapitel 1 Vers 26 Nämlich das Geheimnis das Geheimnis das verborgen war seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt das jetzt aber seinen Heiligen Manifest gemacht worden ist oder anders übersetzt offenbar gemacht worden ist als er seinen Heiligen offenbar gemacht wurde Sag mal deinem Nachbarn das bist du das bin ich Vers 27 und erinnert euch hierbei wenn es hier heißt ihnen wollte Gott bekannt machen was der Reichtum der Herrlichkeit ist und das war das was auch Paulus meinte in den Schwachheiten hat er der Herrlichkeit Raum gegeben er hat gelernt im Geist zu wandeln zu wandeln durch die Offenbarung die er hatte ihnen wollte Gott bekannt machen was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist nämlich Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit Verstehst du wenn du wirklich diese Herrlichkeit erkennst die in dir ist dann hast du nicht nur Glauben sondern auch Hoffnung denn Hoffnung ist die Kraft vorwärts zu gehen denn du weißt es steht etwas vor dir es liegt etwas vor dir was sich noch nicht manifestiert hat was sich aber manifestieren wird denk mal drüber nach wie Paulus selbst sagte ich dränge vorwärts und jage diesem Siegeskranz diesem Preis nach dieser Hoffnung der Berufung mach mal jemand was hier Kolosserbrief Kapitel 2 Vers 2 damit ihre Herzen ermutigt werden oder getröstet werden in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes was heißt es hier damit ihre Herzen getröstet oder ermutigt werden also wenn du dieses Geheimnis wirklich kennst dann ist darin Trost und Ermutigung und da ist die Quelle von Stabilität in Liebe zusammengeschlossen also versteht ihr wirklich diese Agape hier was auch beinhaltet ist in diesem Geheimnis was ja auch Paulus im 1. Korinther 13 geschrieben hat Jesus war ja der Erste der diesen Ausdruck Agape überhaupt gebrauchte was war denn Agape überhaupt und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis man versteht eigentlich nicht wirklich viel bis zu dem Moment wo man wirklich Offenbarung erlangt von diesem Geheimnis dieses Geheimnisses Gottes des Vaters was natürlich beinhaltet ist in diesem Geheimnis denn im Alten Testament war Gott ja nicht bekannt für die Menschen als Vater aber im Neuen Testament ist er unser Vater und des Christus geht in den Kolosserbrief weiter Kapitel 4 Vers 3 und hier haben wir hauptsächlich das gleiche was Paulus schon im Epheserbrief geschrieben hat Halleluja betet zugleich auch für uns damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort um das Geheimnis des Christus auszusprechen er redet hier also über diese Offenbarung des Geheimnisses was viele Generationen lang verborgen geblieben war jetzt aber zur Offenbarwerdung gegeben wurde also um dieses Geheimnis des Christus wirklich auszusprechen um dessen Willen ich auch gefesselt bin also das drückt aus dass das seine Nummer 1 Angelegenheit war wozu er berufen war und dem auch nachjagte lasst uns dann in den 1. Timotheusbrief Kapitel 3 Vers 9 gehen Paulus ist hier der Schreiber an Timotheus und Timotheus war einer seiner Studenten Timotheus war also einer der Studenten der in der ersten Reihe saß wenn Paulus lehrte er war so vertieft dabei dass er auch Notizen machte und wenn Paulus fertig mit seiner Lehre war war Timotheus einer der wirklich auch dann interessiert Fragen stellte er war wirklich hungrig und Paulus war wie sein geistiger Vater der sich selbst als Mentor Timotheus gegenüber zeigte und sich selbst sozusagen in Timotheus vervielfältigt und er schreibt also zu Timotheus halte fest das bedeutete also bewahre es das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen geht zu 1. Timotheus 3 Vers 16 und anerkannt schaut euch das an groß groß halleluja Halleluja ist das Geheimnis der Gottesfurcht oder Gottseligkeit weiß irgendjemand was das bedeutet es bedeutet Gott ähnlich sein wir sind Gott ähnlich ich habe nicht gesagt ihr seid Gott sondern ihr seid so wie er seht ihr die neue Geburt bringt euch in diese Position wo ihr zurück seid in geistiger Beziehung und Gemeinschaft mit ihm so wie Adam in geistiger Beziehung stand am Anfang ihr und Gott seid eins im Geist Halleluja Halleluja eure Sinne werden dem mehr und mehr angeglichen denn der Bereich des Sinne muss erst noch erneuert werden eines Tages werdet ihr auch einen neuen verherrlichten Körper empfangen und das ist Teil des Geheimnisses aber im Geist und das ist das Herz das ist das Herzstück der Kern ihr seid im Geist komplett vereint mit Christus und das ist es was man lernt das ist es was man kriegt wenn man wirklich diese Offenbarung des Geheimnisses ergreift was Paulus in seinen Schriften geschrieben hat und Johannes hatte einen Teil davon und er hat es ausgeschrieben Petrus hatte einen Teil davon empfangen Jakobus Jakobus aber Paulus hatte wenigstens zwei Drittel dieses Geheimnisses offenbar oder zwei Drittel bekommen als Offenbarung um es aufzuschreiben und das war auch sein Hauptpunkt diese Offenbarung der Gemeinde zu geben dass sie darin wirklich wohl gegründet wird nun versteht ihr jetzt warum er einiges an Widerstand hatte der Teufel wollte alles tun was er nur konnte um die Gemeinde davon abzuhalten diese Offenbarung wirklich zu empfangen denk mal drüber nach wenn du weißt größer ist der der in dir ist wenn du weißt dass du eine neue Schöpfung geworden bist und dass das alte vergangen ist denn alles ist neu geworden und wenn du weißt dass Gott ihn der keine Sünde kannte für dich selbst zur Sünde gemacht hat damit du zur Gerechtigkeit Gottes gemacht wirst in Christus Jesus und dass du weißt dass du dass du gesegnet bist mit allen geistigen Segnungen an himmlischen Örtern und wo du weißt dass du bereits gesegnet bist Halleluja wenn du weißt dass er all deinen Nöten begegnet gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit wenn du weißt du trägst diesen ganzen Schatz in Erden Gefäßen wenn du weißt was die über die Maßen große Stärke seiner Kraft ist seine Wirksamkeit an denen also an uns die wir glauben gemäß der Wirksamkeit seiner mächtigen Kraft was er in Christus wirken lässt als er aus den Toten auferweckt wurde und ihm diesen Namen gegeben hat der überall Namen steht dass sich alle anderen Namen ihm beugen Halleluja und alles Mächtige Walten Fürstentümer Herrschaften all diese sind euch unter eure Füße getan wenn du weißt dass die geleitet sind durch den Geist Gottes Söhne Gottes sind also wirkliche Söhne Gottes reife Söhne werden durch den Geist geleitet wenn du weißt dass jetzt es keine Offenbarung mehr keine Verdammnis mehr gibt für die die wandeln nicht nach dem Fleisch sondern nach dem Geist weil der Geist des Lebens der Christus aus den Toten auferweckt hat mich auch erweckt hat zu dem der mich erweckt hat zum Leben weil er mich freigemacht hat vom Gesetz des Sünde und des Todes Halleluja Weil das Gesetz war schwach durchs Fleisch Ich habe jetzt gerade Römer 8 zitiert Denn das ist ja das Sieges Kapitel dort ist genau die Stelle wo es heißt dass 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 selbe der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat auch deinen Leib lebendig macht wenn du Römer 5 kennst dass du in diesem Leben herrschen kannst als König wenn du den Glauben und die Gerechtigkeit kennst Halleluja und wir können weiter so gehen und wir könnten weiter so Dinge zitieren aus den Schriften und alles was ich bereits zitiert habe kommt ja aus diesen Briefen und aus den Schriften der neutestamentlichen Briefe Johannes hat geschrieben so wie er ist so sind auch wir in dieser Welt größer ist der der in mir ist als der der in der Welt ist Seht welche Liebe Gott zu uns hat dass wir Söhne Gottes genannt werden Galatians 4 Paul wrote I call you Sons Galatia 4 wo es heißt ich nenne euch nicht mehr Knechte sondern ich nenne euch Söhne er hat in Galatia 2 20 geschrieben ich bin mit Christus gekreuzigt und doch lebe ich aber nicht ich sondern Christus lebt in mir Christus lebt in mir und er sagte im Leben lebe ich ich lebe durch den Glauben von durch den Glauben des durch den Glauben dessen durch den Glauben des Sohnes Gottes ich habe die gleiche die die Jesus hat das ich lebe ich habe den selben Glauben den Jesus hatte und dadurch lebe ich Galatia 3 13 Christus hat mich erlöst vom Fluch des Gesetzes denn es steht geschrieben jeder ist verflucht der am Holz hängt dass die Verheißung Abrahams Halleluja wir haben die Verheißung wir haben den Segen wir haben einen besseren Bund der gegründet ist auf besseren Verheißungen Christus Christ dasselbe gestern heute und in alle Ewigkeit wir sind sein heute auf Erden denn wir sind sein Leib der ihn repräsentiert hier Halleluja all diese Dinge sind Teil des Geheimnisses all das ist Teil dieses Geheimnisses Halleluja 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 Nun so weit wollen wir für heute gehen ich habe noch ein bisschen mehr aber dafür werde ich noch warten und ich werde das geben wenigstens in der ersten Botschaft morgen Abend habt habt ihr heute Abend was gelernt also ich denke ihr versteht warum der Teufel versuchte ihn zu stoppen und ich möchte folgendes erwähnen lasst uns hier jetzt schließen mit diesen abschließenden Versen geht mal in die Apostelgeschichte Kapitel 11 rein in der Apostelgeschichte da gibt es einen Wandel eine Veränderung denn die Bewegung Gottes startete in Jerusalem aber es gab da ein Problem bei der Gemeinde in Jerusalem sie gingen ständig vorwärts in in der Gnade und verfielen dann wieder in Gesetzlichkeit gingen dann wieder durch die Gnade weiter und verfielen wieder zurück in Gesetzlichkeit und Paul nachdem er diese Offenbarung ging da zweit und er mit den Leitern und dann gaben ihm die Möglichkeit die Kirche Paulus ging zweimal dorthin nachdem er die Offenbarung der Gnade empfangen hat er ging zu den Leitern dorthin und lehrte sie über die Offenbarung die er empfangen hat nachdem Paul von neuem geboren worden war geht mit mir mal jetzt rein in Apostelgeschichte 11 und lest Vers 22 das ist so gut habt ihr heute eure Jubelschuhe an Vers 22 es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem nun was geschehen war dass eine Bewegung Gottes in Antioch startete und die Gemeinde in Jerusalem hat davon Wind bekommen und sie waren begeistert darüber und sie sandten Barnabas erinnert euch es war genau der Barnabas der so begeistert über das Evangelium war dass er sein Feriendomizil verkaufte um den Bau des Reiches Gottes und die Verbreitung des Evangeliums mit zu finanzieren dass er hingehe nach Antioch ja und als er ankam und die Gnade Gottes sah freute er sich und ermahnte alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan Schaut euch jetzt Vers 25 an und Barnabas zog aus nach Tarsus um Saulus aufzusuchen warum denn um diese Leute gegründet zu bekommen in dem Geheimnis und was passierte hier heißt also und als er ihn gefunden hatte brachte er ihn nach Antioch also er sagte ihm hier ist eine starke Bewegung Gottes und wir brauchen dich dazu dass du diese Leute hier wirklich wohl gründest in dem Geheimnis und als ihn gefunden hatte brachte er ihn nach Antioch ja es begab sich aber dass sie ein ganzes Jahr zusammen dort blieben also ein ganzes Jahr wo sie jeden Abend zusammen kamen und diese Offenbarung wirklich bekamen Es begab sich aber dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten und 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 die Disciples wurden Christen genannt warum denn weil sie erkannten hey Christen bedeutet Leute sind ihm ähnlich Leute die Christus ähnlich sind wir sind gesalbt wir haben seine Salbung wir haben seine Fähigkeit wir haben seine Kraft wir repräsentieren ihn Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit sie haben die Offenbarung gehabt wir sind Christen und wir sind ihm ähnlich in Antiochia haben sie diese Offenbarung empfangen und diese Gemeinde hier also in Antiochia wird in der Apostelgeschichte zur Hauptgemeinde genau diese Gemeinde hier wurde zum Zuhause von Paulus von diesem Punkt an wenn er loszog an andere Orte um neuen Pionierdienst zu tun ist er von dieser Gemeinde Antiochia aus losgezogen und dann kamen die Propheten aus Jerusalem nach Antiochia interessant oder sie gingen dorthin wo die Bewegung Gottes war und ich habe eine Fußnote der Definition sie wurden Christen genannt wegen ihrem Verhalten wegen ihren Aktivitäten und weil ihr Reden ihre Sprache so war wie die von Jesus Christus sie waren seine Nachfolger sie gehörten zu ihm sie waren Teil dieser Gruppe die als Christen ähnlich ihm waren wie kannst du wie er sein wenn du nicht die Offenbarung davon hast diese Offenbarung macht dich nicht zu ihm denn wir sind nicht er er ist immer noch der Herr aber er hat uns so gemacht dass wir so wie er ist auch wir in dieser Welt sind also sie haben dieses Geheimnis empfangen sie haben die Offenbarung des Geheimnisses wirklich erkannt und das ist der Grund warum der Pfahl dann auftauchte der Teufel unternahm alles was ihm einfiel um Menschen davon abzuhalten diese Offenbarung des Geheimnisses zu kriegen seht ihr in Antiochia hatten sie die Bewegung des Heiligen Geistes und noch dazu die Offenbarung und genau das ist es was wir wollen Jerusalem hatte die Bewegung des Geistes sie hatten die Grundlagen aber sie sind fortwährend in Gesetzlichkeit zurück verfallen aber diese Gemeinde hier in Antiochia ist die gewesen die wirklich in die Welt ging sie wurde in der Apostelgeschichte zur Hauptgemeinde die wirklich sich nach draußen ausstreckte Halleluja Vater ich danke dir heute Abend für dein Wort und ich danke dir für die Treue von Paulus Halleluja dass er nicht aufgegeben hat dass er niemals aufgehört hat und wir danken dir für all die Christen die diese Offenbarung empfangen haben und die dann kühn und öffentlich verkündet haben wir sind wie er Halleluja und ich bete Herr dass wir darin zunehmen können dass wir auch in dieser Offenbarung so wie er ist auch wir sind in dieser Welt wirklich zunehmen können in dieser Welt und wisst ihr deshalb ermutige ich euch holt euch die Kenyan Bücher all die Kenyan Bücher sind geschrieben worden aus dieser Offenbarung hervor Kenyan war Kenyan hat ziemlich ähnlich das erlebt was auch bei Paulus war er sah es er sagte das Kernstück von allem ist in den Briefen und deshalb hat Kenyan auch von den zwei Arten immer wieder geschrieben zwei Arten des Glaubens zwei Arten der Liebe und er schrieb daraus weil er erkannt hat es gab die alte Version und es gibt die neue Version das Fundament der ganzen Lehrbewegung und der Glaubensbewegung geht zurück auf die Offenbarung und die Lehre die Kenyan hatte und ich hab Sabine gesagt ich hab früher Sabine gesagt ihr habt solch einen gewaltigen Schatz in der Tatsache dass Manfred der ja mittlerweile zum Herrn gegangen ist sich all die Zeit nahm all diese Schriften ins Deutsche zu übersetzen diese Bücher haben nämlich mein Leben verändert ich studierte diese Bücher entlang der Bibel die Bibel immer daneben dabei und so bin ich durch die Bibel gegangen mit diesen Büchern Halleluja Vater ich danke dir für diese Zeit heute Abend in deinem Wort und wenn du Jesus noch nicht angenommen hast dann kannst du jetzt mit mir beten ich will dich in ein Gebet führen und dann sind wir für heute Abend fertig Jesus ich glaube an dich bete das mit mir ich glaube an dich als meinen Erretter ich glaube an dich als meinen Erretter Jesus du hast meine Sünde am Kreuz auf dich genommen du hast meine Sünde am Kreuz auf dich genommen und du bist für mich in die Hölle gegangen du bist für mich in die Hölle gegangen du bist aus den Toten auferstanden du bist den Toten auferstanden und das glaube ich und das glaube ich und ich mache dich zu meinem Herrn und ich mache dich zu meinem Herrn und meinem Retter und meinem Retter Gott du bist jetzt mein Vater Gott du bist jetzt mein Vater und ich bin jetzt ein Christ und ich bin jetzt ein Christ Amen Amen Wenn du das wirklich von Herzen gebetet hast, hat sich in deinem menschlichen Geist alles verändert. Und so wie du Gottes Wort lernst, wird es dein Leben auch im Äußeren verändern. Und Gott fängt an, sein Leben durch dich auszuleben. Und das ist so kraftvoll. Amen. Wir lieben euch. Wir sind froh, dass ihr mit uns sein konntet. Aber ich fühle, dass wir jetzt stoppen sollen und wir werden dann morgen Abend zurück sein. Habt also eine wunderbare Nacht. Und ich freue mich schon auf Sonntag. Ihr könnt euch auf Sonntag freuen. Und wenn ihr hier in der Gegend wohnt, dann solltet ihr besser auch hier gegenwärtig sein. Wir werden am Sonntag eine richtig gewaltige Zeit haben. Und ich glaube, dass wir auch viele gewaltige Zeugnisse haben werden. Und bring doch jemanden mit. Pack jemanden und sag ihm, hey, du musst mitkommen. Ich habe heute jemanden eingeladen. Ich bin nicht religiös. Ich sagte, neither are we. Ach so, ich habe jemanden eingeladen. Und diese Person sagte, ich bin nicht religiös. Und dann sagte ich, nun, wir sind es auch nicht. Ich sagte, wir sind auch nicht religiös. Er hat einfach seinen Kopf geschüttelt und dann sagte er, nun, wenn das so ist, werde ich vielleicht kommen. Wir beide haben dann so lachen müssen und er ist gegangen. Er hat wirklich, ja, er hat echt einen Kick gekriegt da drin. Okay, wir sehen euch. Wir sehen euch morgen Abend. Be blessed. Zeit gesegnet.